Moin. Jeder wird es sicher gemerkt haben, der nicht gerade der absolute Neuling in Sea of Thieves ist. Es kommen immer mehr Frischlinge in die See der Diebe. Eigentlich ja schön, wären diese sogenannten Piraten nicht genauso unfähig und planlos wie ein Grundschulkind, das das erste Mal versucht alleine den Weg zur Schule zu finden, aber dabei nicht mal ansatzweise in die Schule kommt und wieder schreiend zurück zu seiner Mama rennt. Das alles wäre ja noch halb so schlimm, wenn sich diese Personen denn wenigstens in der Geschichte auskennen würden, dem ist aber nicht so. Deshalb hört man mehr als häufig dumme Fragen über allerlei Dinge. Hier mal eine erste kleine Einführung für alle Grundschüler. Das ist ein Baum, das ist ein Fels, das ist eine Zeichnung, das ist ein Schiff und das ist eine Lüge. Nun aber mal zum eigentlichen Thema. Ich will mein Wissen teilen und wo fängt man da besser an als ganz am Anfang? Nein, nicht bei eurer Geburt, so einer Enttäuschung übersteht man kein zweites Mal, sondern bei den ersten Geschehnissen in Sea of Thieves, also quasi deren Geburt. Dann mal die Stifte gespitzt und aufgepasst, morgen schreiben wir einen Test. Angefangen hat alles mit einem Volk, das keinen Namen hat. Liegt einfach daran, weil sie vergessen haben, diesen uns auf irgendeine Steinwand zu schreiben. Stattdessen haben sie einfach alles, was ihnen in den Sinn kam, aufgemalt. Dabei waren sie so kreativ wie ich im Kunstunterricht der Oberstufe, nur zur Info, ich hatte meine 4, ok, 4 minus, also bestanden, danke Herr Tacke. Und weil sie uns nur Zeichnungen hinterließen auf dem Niveau eines Viertklässlers oder wie ich in der 12. Klasse und nicht ihren Namen, so musste man selber einen finden. Dabei haben sich die klügsten Köpfe zusammengesetzt und waren richtig findungsreich und nannten sie die Antiken. Ja, genial, ich weiß. Die Wandmalereien sind aber nicht die einzigen Sachen, die uns das Volk der Kunsthasser hinterlassen haben. Denn so waren sie nicht nur gut darin, unsere Insel mit Graffiti zu schänden, sondern errichteten sie auch noch Statuen. Dabei fällt einem auf, dass sie bei ihrer Motivwahl wieder super vielseitig waren, denn so hatten sie nur eins im Sinn, Vögeln. Und das meine ich ernst, sie waren hart besessen von den gefügelten Viechern. So sehr hart besessen. Ihr größter Traum war es, dass eines Tages ein Vogel auf ihren Schultern landen würde. Sollte das irgendwann mal irgendwem passieren, dann wäre dieser auserwählt worden und wäre automatisch ihr König geworden. Tja, ist leider nie geschehen. Aus lauter Frustration und dem Ausgehen von Farbe für ihr Gekritzel packten sie ihre Sachen und verließen die Sea of Thieves wieder. Dann waren sie halt wieder weg. Dabei vergaßen sie aber ihre beiden Haustiere Mega Sharkboy und Hentai Boy. Seitdem ist Mega Sharkboy oder kurz Mech verzweifelt auf der Suche nach einem neuen Zuhause, aber aufgrund seiner Größe möchte ihn keiner mitnehmen, denn Goldfische passen deutlich besser in ein Aquarium. Hentai Boy macht genau das, was er damals auch schon bereits getan hat. Er umarmt alle möglichen Schiffe auf der Suche nach einer Jungfrau. Wenn er diese gefunden hat, naja, dann wisst ihr ja schon was passiert. Jeder hat schon mal recherchiert. Jo, das war das, was man über das Volk der Antiken wissen sollte. Nächstes Mal schauen wir uns an, wie ein dicker Typ es geschafft hat, auf drei Messer gleichzeitig zu fallen und dadurch zu einer Legende wurde. Ist ein komischer Weg, aber hey, er ist eine Legende. Ja, das ist das Ende des Videos. Das war heute mal ein etwas anderes Format, ein neues Format und jetzt würde ich natürlich gerne mal wissen, wie gefällt euch das? Sagt ihr, hey, gerne mehr davon oder bloß bitte nicht. Bitte eure ehrliche Meinung unten in die Kommentare. Wenn es euch auch nicht gefallen sollte, dann bitte auch einen Daumen nach unten geben. Also da ruhig ehrlich sein. Das würde mir sehr, sehr weiterhelfen, denn dann wüsste ich auch an der richtigen Stelle bin oder nicht. Ansonsten, wenn es euch gefallen sollte, dann würde halt in der nächsten Zeit nochmal ein Video in dieser Form kommen. Dann wisst ihr ja schon, worum es dann ungefähr gehen wird. Ansonsten bedanke ich mich jetzt nur noch recht herzlich fürs Zuschauen und dann sehe ich euch an Bord. Euer Chef. Euer Chef.